Die Meinung von Bürgerräten würden wir immer mit einfließen lassen. Dass wir das Grundgesetz ernster nehmen und aus der Parteiendemokratie eine Mitwirkungsdemokratie machen, auch mit Bürgerräten. Das wäre mein Wunsch und meine Hoffnung. Wir brauchen mehr Möglichkeiten für die Menschen, sich in das politische Geschehen einzumischen, einzubringen. Das haben die Menschen in diesem Moment einfach verdient. Zum Thema Bürgerräte hier ganz deutlich sagen, ich finde, dass das eine hervorragende Idee und Ergänzungsmöglichkeit ist, eben tatsächlich auch eine Brücke zu sein. Wir wollen eine lebendige Demokratie haben. Wir wollen, dass sich viele Leute und mehr Leute als in der Vergangenheit engagieren können. Und das braucht eben einen festen, wie ich glaube, etablierten Rahmen. Ein wichtiger Erfolg von Bürgerräten kann es auch sein, eine befriedende Wirkung in der Gesellschaft zu erreichen. Und vielleicht ist das eine Chance, sich bei diesem Thema auch ein Stück weit aufeinander zuzubewegen oder zumindest zu einem gemeinsamen Verständnis zu kommen. Ich verspreche mir von den Bürgerräten eine Veränderung der politischen Kultur wieder hin zu mehr Transparenz, Ehrlichkeit und Verbindlichkeit. Wir müssen diesen Weg gehen. Und ich bin auch der Meinung, ohne die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger wird es nicht gelingen, die Akzeptanz für Maßnahmen, die nicht leicht sein werden, durchzubekommen. Ich finde, solche Instrumente sind ungemein wertvoll, stärken die Demokratie. Bürgerräte sind da ein gutes Mittel, um unsere Demokratie zu stärken und zu verbessern. Und deswegen bin ich selber auch ein großer Fan davon und freue mich. Ich würde mich jedenfalls dafür einsetzen, dass wir diese Bürgerräte dann auch verstetigen. Das ist jedenfalls eine Möglichkeit gibt, dass auch der Bundestag von sich aus das in seine Regularien aufnimmt, gegebenenfalls auch eine gesetzliche Regelung, sodass wir da zu einer neuen Form der Bürgerbeteiligung kommen. Wichtig ist angesichts der Zukunftsherausforderungen und auch der Polarisierungstendenzen, der Spaltungstendenzen, dass wir da ein Angebot machen. Der Sinn gerade von Bürgerinnenräten ist ja nicht, irgendein Placebo für mehr Beteiligung zu schaffen, sondern diese Demokratie zu stärken und auch das Parlament zu stärken. Wir können es auf allen politischen Ebenen einsetzen, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Wir wollen, dass Bürgerräte gesetzlich verankert werden und dafür werden wir uns einsetzen. Zweitens würde ich mich schon dafür einsetzen, dass wir regelmäßig mit dem Instrument der Bürgerräte arbeiten. Dass es eigentlich zum Regelinstrument auf Bundesebene wird, das würde ich mir wünschen. Unsere Demokratie überlebt nur dann, wenn wir es schaffen, Empathie und auch das Gemeinwohl über Partikularinteressen und Machtmissbrauch zu stellen. Und dafür sind Bürgerinnenräte eine Riesenchance. Lasst sie uns nutzen! Kein Темpes Einer 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 Steine Einer